Hallo und herzlich willkommen zum NZ-Nachrichten-Kanal. Wir bringen jeden Tag viele Informationen für Ihren Alltag. Und da Sie schon hier sind? Bitte hinterlassen Sie ein Like und aktivieren Sie die Benachrichtigungen. Messergewalt bereitet Deutschland Sorgen. Angesichts tödlicher Messerattacken erwägen die Behörden, in Städten mehr waffenfreie Zonen einzurichten. Polizeiliche Befugnisse zur Durchsuchung und Kontrolle sind umstritten. Es gibt Zweifel, ob diese Maßnahmen zur Sicherheit beitragen. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser ist entschlossen, gegen Messerdelikte energischer vorzugehen. Wir sollten in Erwägung ziehen, Messer im öffentlichen Nahverkehr, in Bussen und Zügen zu verbieten, kommentierte sie gegenüber der Funke Mediengruppe. Immerhin darf man kein Messer im Flugzeug mitnehmen. Neben der Intensivierung von Sicherheitsmaßnahmen schlägt die sozialdemokratische Politikerin vor, in bestimmten städtischen Gebieten waffenfreie Zonen einzurichten. Einige Tage zuvor hatte der Präsident des Bundeskriminalamts, BKA, Holger Münch, diese Maßnahmen vorgeschlagen und darauf hingewiesen, dass mehrere Städte bereits waffenfreie Zonen in kritischen Gebieten eingerichtet haben, in denen die Polizei aktive Durchsuchungen durchführen darf. Münch betonte, dass scharfe Gegenstände in 5,6 Prozent der Angriffe und 11 Prozent der Überfälle eingesetzt werden und erklärte sich bereit, die Waffengesetze zu verschärfen. Die Frage der Messerdelikte rückte im Januar dieses Jahres in Deutschland in den Fokus, als ein 33-jähriger Mann palästinensischer Herkunft zwei Passagiere in einem Zug zwischen Kiel und Hamburg tötete und sieben weitere verletzte. Im Dezember starb eine 14-jährige Schülerin und eine weitere wurde schwer verletzt, als ein Mann sie auf dem Schulweg in der Stadt Iller-Kirchberg im Süden des Landes erstach. Auf Anfrage der Wochenzeitung BILD am Sonntag gab die deutsche Polizei bekannt, dass im Jahr 2022 398.848 Straftaten in Zügen und Bahnhöfen registriert wurden, darunter 14.155 Fälle von körperlicher Gewalt, von denen 336 mit scharfen Waffen begangen wurden, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Nach Definition des BKA handelt es sich bei einem Messerdelikt um den Einsatz einer Klinge, um jemanden zu bedrohen oder anzugreifen. Einige deutsche Bundesländer zählen jedoch auch Vorfälle, bei denen der Täter ein Messer besitzt, beispielsweise versteckt in der Jackentasche, zu dieser Kategorie. Die Bundespolizei, die für die Sicherheit an Bahnhöfen und Flughäfen verantwortlich ist, meldete, dass die Zahl der Messerangriffe an diesen Orten im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2021 mehr als verdoppelt wurde, von 46 auf 98. Helfen Sie uns, indem Sie unsere Inhalte teilen. Video jede Woche so auf dem Kanal Danke und bis zum nächsten Video.